Hier ist Infanterie auf und Weise und wo der Burns hier zielt, da ist, beziehungsweise da, wo ich jetzt drauf ziehle, auch, ist die Skat. Ich wollte jetzt hier weiter auf die Luft. Ja, nur dein Laser geht nicht so weit, er hört sich schon vor den Mauern auf, weißt du, jetzt sehen wir es ja bloß. Ja, du siehst das aus deiner Perspektive nicht. Jetzt mal die Skat, die Skat ist das hintere, von dir aus gesehen, der hintere Laser. Ich will mal rauf, da hin zu werfen. Das sind die Abknallniveau. Ja, gib mal die Decke. Jetzt sieht alles frei aus. Und hier. We got it back up down. Wir müssen so einen Piloten da rausholen.